Willkommen zu diesem Video. Heute geht es weiter mit Folge 18 von Dragon City. Folge 18? Ja, müsste Folge 18 sein. Und wir können erstmal wieder eine Karte wählen und kriegen 109.000 Gold. Was uns unserem Ziel von den über 2.500.000, die wir für die eigene Insel brauchen, etwas näher bringt. Wir können das alles wegklicken, wegklicken, wegklicken. So, wir kriegen noch eine legendäre Joker-Kugel fünfmal. Weil wir uns den zweiten Tag in Folge eingeloggt haben. Kugel Plankton-Drache. Okay. Planktoner denke ich ja an was anderes, aber... Oder an wen anderes? So. Äh, Sammelbelohnung. So, ich muss mit erst mal ein Video angucken, was ich nicht wollte. Aber, ah, ich... Ach so, das habe ich gar nicht gesehen. Ich bin gerade wieder unterbrochen worden. Ich habe gerade festgestellt, dass man ein Video... Wenn man Videos angucken kann und dafür Belohnungen kriegt, aber... Naja, wozu? Okay. Wir haben erst mal genug Geld, was wir hier einsammeln können. Und... Ähm, ja. Wir haben auch Fotos angebaut. 50.000. Okay. Okay. Okay, 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 okay. Im Bruthaus. Streit. Golben Drache. Terra und Metall. Metall, 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 Metall. 200.000. So. 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 Den tun wir hier, ja. So. 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 Kann man das beschleunigen? Wir haben noch 3 Diamanten. Beschleunigen wir. Super. So. So. Fertig. Und kriegen 100.000 Erfragungspunkte dazu. So. 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 man gar nicht reagieren und die Aufnahme pausieren und so kriegt ihr den Anfang von der Scheißwerbung mit und das ist eigentlich ein bisschen doof für euch, denke ich, nehme ich an. Ausbrüten, Blätter, Drache für Meer und Flamme. Haben wir eigentlich auch ein Eis? Ich probiere es. Ah, Meerlebensraum, Moment. Verbessern... Achso, kein Platz. Hier haben wir ja dieses komische Prisma mal gekriegt. Wir werden dann mal den Lebensraum hier, den Feuer- oder Lava-Lebensraum, mal ein Stück verrücken. Nicht genug Platz. Dann bewegen wir den noch ein Stück weg. Oder setzen den hierher. Setzen das da hin. Setzen das da hin. Setzen das da hin. Geil. Diese Karte lässt genau zwei. Und so habe ich keine Diamanten mehr. Ausbrüten, platzieren und platsch da ein. Ich frage mich nur, wie weit man nicht nur die Drachen hochleveln kann, sondern auch wie weit man die Lebensräume hochleveln kann. Wer ist schon so weit und kann mir das sagen? Ich weiß, bei Aufstieg von Berg ist das Maximallevel bis jetzt 175. Und ich kann jetzt erstmal ein bisschen Level 20 machen hier. So. Gut. Verbessern. Ich brauche dafür 51 Diamanten. Hat auch jemand eine Idee, wie ich da rankommen soll? Bitteschön. Ich holen. Momentchen. Ich müsste doch noch was im Lager haben. Hier sind alles bloß Marken. Das Prisma kann ich eigentlich weg tun. Verkaufen. Alle vier. 14.000. So. Wiedersehen. So. Ich brauche es nicht. So. Suchtereignis Insel Flair. Gut. Bruthöhler Zischen. Und dann nehmen wir mal den. Und ähm. So. weiter oder neu. Der. Ergebnisse. Also so wie das aussieht, haben wir auf jeden Fall einen neuen. Sicher. Sicher. Genau. Und das dauert jetzt. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Wie lange. 19 Stunden. 20 Stunden. Also 20 Stunden dauert das jetzt. 1,24 Millionen. 16 Stunden. Und 200 Stunden. Ach, es sei mal Belohnungen. Jeden Tag. Ich kann jetzt zehn Videos durchgucken. Für die beiden öffnet sich die Truhe. Ah, das ist genau sowas. Umfrage, schließe Aufgaben ab. Naja. Naja, naja, naja. Ich hab fast wieder was fertig. Dann kriegen wir wieder 10 Diamanten. Halt! Ziele. Haben wir denn schon wieder was fertig? Zwei von drei. Süchte ein Ei mit einem Elternteil des Elements Wasser und einem der Elements Flammen. Okay, das mach ich beim nächsten Mal. Eisenflamme. Na gut, und du meinst? Wir haben hier auf jeden Fall noch eine Insel zum vollstellen, aber die müsste ich erst mal frei rollen. Hier ist Platz und hier ist Platz. Wisst ihr was wir machen? Da der Lebensraum Wasser sowieso schon erweitert ist. Stellen wir den einfach auf die nächste. Wieso geht das nicht? Drache. Wieso geht das nicht? Drache. Wieso geht das nicht? Drache. Winddrache. 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 Ohrdrache. Reinerdrache. Welchen wollen wir uns kaufen? Riesenflügeldrache. Gottes Willen. Koreanischer Fußballdrache. Amethyst. Origami. Bier nehmen. Den Riesenflügeldrache. Den Riesenflügeldrachen. Der dauert auch 17 Stunden zum Ausprügen. Okay. Das heißt, wir haben morgen auf jeden Fall saved 2 neue Drachen. Die wir hochwerten können. Und an der Stelle würde ich sagen. Das war's für heute. Vergesst nicht meine Videos zu liken und meinen Kanal zu abonnieren. Und wir sehen uns morgen. Und ich würde sagen Ciao.